ARD Text im Auftrag von Funk Loll, das war ein Feind Ich war doch drauf Loll Ich kann ihn nicht töten oder was? Das finde ich irgendwie interessant Hallo, ich glaube der kennt mich Loll, ich glaube das ist mein Team Weil ich kann ihn dann einfach NULL TÖTEN Den kann ich töten Loll Ich kann ihn nicht töten Den Kumpel, den man nicht töten konnte Okay, ich behaupte jetzt einfach mal Das ist ein Ein Teammate von mir Der irgendwie die falsche Farbe hat Warum auch immer Wow So Jetzt ballern wir mal Wow Alter Auf mich wird die ganze Zeit geschossen Das finde ich gar nicht witzig Ich höre die ganze Zeit nur Sniper schießen Ich höre die ganze Zeit nur Sniper schießen Auf jeden Fall finde ich das Naja, ich finde die Sniper sehr gewöhnungsbedürftig Wenn ich das hier so gerade sehe Alter, aber Nosecopen kann mit der nicht schlecht Aber ich kann einfach NULL snipen in den Scheiß Game Wow Und ich dachte schon ich kriege wieder nur einen Hitmarker Dann hätte ich aber echt einen Schreikrampf gekriegt So, jetzt gehen wir mal Den Zaller WTF, hier sind überall welche Wo sind denn die überall welche Mann Finde ich gar nicht so witzig Ich kann ihn nicht töten Ich kann ihn nicht töten Ich kann ihn nicht töten HACKER Nee, schon mal an, keine Ahnung Es ist glaube ich ein super Abonnent von mir Wenn ich das richtig sehe An dieser Stelle grüße 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 ich dich ganz herzlich und hoffe natürlich Dass du nicht hackst Er ist glaube ich sogar selbst auch YouTuber Wenn ich das richtig gelesen habe Santa Gaming Könnt ihr ja mal searchen auf YouTube Und ihm schreiben HACKER Düsi kann ich nicht töten Ah Wahrscheinlich weil er mir nachgejoint ist Aber das ist irgendwie auch blöd Wenn das so wäre Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt hier in den Zweikampf Gehe ich nicht rein Mit einer harten Waffe Oh es ist schon vorbei 4 Minuten ein 5 zu 1 mit der Sniper Boah ich bin der Boss Leute Ich bin der Hardcore Boss Und es ist echt Santa Mhhh Wenn ihm nochmal Baustelle Sonst kann ich nicht snipen Also ich finde die Sniper echt gewöhnungsbedürftig Ich finde Sniper sowieso in MC5 sehr gewöhnungsbedürftig Ich kann es nicht Ich gebe es ehrlich zu Ich weiß es gibt Leute die können das Sowas wie JumeiOS Der ist auch auf YouTube Ist ein Franzose Hat 250 Abonnenten oder sowas Und der geht sowas von ab Der macht 360 No Scopes Alles was ich in MC4 auch konnte Und da wechsel ich wohl auch die Stainen Und zerleg da die Gegner Richtig Hardcore Oder die Cock Ah ich spiele die PP50 mal Die habe ich auch noch nicht gespielt Also PP50 PP90 heißt die Heißt die Ich bin so ein Schwabe Obwohl ich gar nicht aus Schwaben komme Ähm FS80 heißt sie hier Jetzt ist Santa in meinem Game Interessante Scheiße Okay gut Santa Wo bist du? Er ist hinter mir Hier Digga Entschuldigung Verbindung zum Server getrennt Willst du mich trollen oder was? Okay ich bin im nächsten Ding wieder da So da bin ich wieder Fahne oberen Wieder auf Straßen Ich denke mal das sollte uns auch einiges bringen Ähm Ich werde jetzt trotzdem wieder die FS80 spielen Oder die PP90 Wie sie glaube ich in Modern Warfare oder sowas heißt Und Und dann schauen wir mal was wir da so Gereißen werden Ich will nicht die Sniper Ich will die hier Sind ich jetzt blöd Lol ich dachte das wäre die Feind Finde ich jetzt blöd dass ich rausgeflogen bin Aus meiner vorigen Lobby mit STL Also Stil 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 Ist auch ein Clan auf Youtube Alter ich mache halt nur Eigenwerbung Also nicht Eigenwerbung aber Fremdwerbung Die haben mich nicht gekauft Also doch Ähm Youtube Money und so Woah Ich habe Angst Ja so eine verfickte Scheiße hier Der Düsi ist nicht so der Boss hier Ich kann mit der Schwaffe gar nicht spielen Ich habe die einmal kurz in der Hand gehabt Vom Boden aufgehoben Und gleich Hardcore mit der Verschissen Der Düsi ist der Boss So gleich Reload Und der Nächsten Komm Bam Like a Boss Wir müssen aufpassen Da kommen nämlich zwei Da kommen nochmal zwei Komm 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 Ich weiß dass ihr hier kommt Gut Danke dass du mich von hinten Gerett hast Von hinten Der Muhammed Oh hier ist einer gestorben Der Muhammed Alter Dead Spray Woah fuck Oh ne Granate Oh je Oh je Oh je Oh je Da wurde der Düsi Overskillt Aber ein neues Wort erfunden Ich bin der Wörtschöpfer Neologismen Was los mit mir Mann ich bin heute so gut drauf Leute das ist nicht feierlich Sollen wir uns den mal Sollen wir uns den mal Boah das jetzt verknappt Oh Sonst droppen wir die von hinten Hoffentlich Oder auch nicht Weil keiner mehr da ist Weil der Düsi Der Overskiller Alle gekillt hat Woah Alter die sind solche Wichser mit ihren Granaten Ey Ich hasse euch Ich hasse euch Granatenkinder Das Werden spielen Oh er kommt Haaa Overskill Mit Kopfschuss Alter Verwalter Der Enzo hat beide gekillt Hat mir Das ist so hart hier finde ich irgendwie Man gibt so hart Viele Hitmarker Und was passiert Nix Ja genau Und er killt mich oder was Stilo iOS Gamer Hörst du auf damit Finde ich gar nicht witzig Mit deiner Pro Waffe Geh nach Hause Und lass mich in Frieden Haaa 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 Mit dieser dreckigen Nacht Wow Fuck Alter ich bin weg Ich bin weg Ich bin raus Oh Was macht er? Er spielt Was spielt er denn? iOS Cam hat übrigens auch einen Youtube Channel Ich bin heute echt witzig Wie nenn ich denn die Episode? Von hinten Dusi hat gute Laune Dusi rasiert Dusi wird rasiert Überlegen wir uns jetzt einfach gemeinsam Ich rasiere den jetzt von hinten Au Nein Nein Er kommt ernsthaft von hinten Ok ich nenn sie eindeutig von hinten Er ist ein Pimmel Eindeutig er ist der riesengroße Pimmel Der Riesenpimmel Der Riesenpimmel IOS Gamer Jetzt gibt's Fotzen Jetzt gibt's Fotzen Jetzt komm ich mit der Kock hier Und kock die einen Ich nenn sie glaube ich doch Die sie hat gute Laune Es passt irgendwie am besten Der Muhammed Bei uns ist der Pimmel Weil das ist der Pimmel Alter verleckt's mich am Arsch Und einmal kreuzweise Abwischen nicht vergessen Riesenpenetrierer hier iOS Gamer, ich geb dir Fotzen, ich sag's dir! So, jetzt aber Schluss mit Lustig hier. Prefire for the win. So, wenn ihr hier kommt, ihr habt null Chance. So, jetzt ist der Schluss mit Lustig hier. iOS Gamer got owned, neuer Name. Automatisches Geschütz hier. Ich kann einfach nicht mit den scheiß Maschinengewehr spielen. Genauso wie ich snipen kann. Ich kann eigentlich nur... Was kann ich denn eigentlich? Nix kann ich. Der Düzy kann nix. Düzy ist der No-Skiller. So. Gehen wir mal die Fahne verteidigen. So. Düzy, der No-Skiller, hat 14,7. Der Ander ist rausgegangen. Haha. Nicht schmarrn. Nichts gegen dich, iOS Gamer. Das war alles nicht persönlich. Das war alles nur so spaßhaft gemeint. Jo, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch. Da schaut bei iOS Gamer und bei allen anderen, die ich erwähnt habe, einfach mal vorbei, wenn ihr lustig seid. Und ja, dann sieht man sich im nächsten wie ein bisschen haltet. Die Ohren schleppt sehr bewusst, Leute. Beep, 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 beep. Daamel diners. Daamel thats hilres. DaheMy ass.